servus leute und herzlich willkommen zum neuen video auf meinem kanal schaut euch mal um wo ich heute morgen aufgewacht bin ich sehe zwar noch ziemlich müde aus und bin auch noch ziemlich müde wir sind heute nacht erst um 4 uhr hier angekommen ich bin im finale ligure und zusammen mit manu im moment und noch ein kumpel von dem und wir kriegen morgen auch noch ein paar leute dazu und ja schaut euch das weiter hier an es ist einfach genial ich habe richtig bock auf fahrrad fahren und ist einfach wunderschön hier so die bin mir gerade mal paar meter durch die ortschaft gelaufen ist einfach hammer wenn die trails genauso sind dann wird es geil und ja ich würde sagen es geht einfach los für euch heute ist mittwoch wir sind bis sonntag hier also es gibt auf jeden fall viele videos und coolen stuff für euch und ich würd sagen viel spaß euch jetzt und ja los geht's ja servus leute also ich bin jetzt wow die schaube hat mich erschreckt ich bin jetzt umgezogen oder wir haben uns mal umgezogen und ich laufe gerade durch so eine mega geile kasse ich muss gucken dass ich nicht zu weit laufe ich laufe nämlich zum bike keller und holen die bikes von uns zwei raus von manu und von mir und wir machen dann erstmal so ein single lift das heißt einmal mit dem shuttle nach oben und ja dann gucken wir mal was hier so abgeht viel spaß so das ist der trail in finale vielleicht war das spannend okay hier ist schon ziemlich geil aber du sollst laufen und du sollst Oh! Mann, du bist vor mir? Oh, ist das geil, Alter! Das ist ein kleines Vorausstück hier. Ich glaube, jetzt wird es wieder ein bisschen kurviger. Macht auf jeden Fall gut Spaß. Es ist ziemlich steinig. Ich denke, unsere Hände sind danach gut am Arsch. Straight line, da fahre ich nicht drüber. Bunnyhopf bringt manchmal viel, wenn nur einzelne Steine sind. Und danach wieder fliegt. Dann holt man dadurch ein bisschen zu viel raus. Wenn man das als Bunnyhoppt. Hier zum Beispiel habt ihr es gesehen. Da kann man drauf. Bunnyhopf noch. Leute, gebt es euch mal. Wie geil das hier ist. Das ist unfassbar. Alter. Shit, man. Hat sich das gelohnt, hierher zu fahren. Dann Ultra. Überall Olivenbäume hier. Da unten ist ein Fußballplatz. Sang geil. Schaut euch die Häuser an. Da unten ist das Meer. Vielleicht sieht man das. Ich weiß nicht, ob man das auf der GoPro sieht. Da unten zwischen den zwei Kanten ist direkt das Meer. Ultra. Schaut mal. Ja Leute, kennt euch mal das hier. Mega krass. Über krass. Wir sind hier in dieser NATO Base in Finale Ligure. Da ist der Einstieg von den Trails. Da fährt Shuttle hin. Vielleicht fährt man durch den langen Flur. Und das ist so ein altes Militärgelände. Da sind überall Räume. Wo, keine Ahnung, irgendwelche Soldaten geklebt haben. Oder ich weiß nicht, was hier so anders abging. Wow, hier steht ein Trettenhaus runter. Geil, ich laufe da mal runter. Und ja, von hier aus gehen ein paar Trails los. Und Shuttle fährt eben hierher. Wir haben jetzt nochmal einen One-Lift gemacht für 10 Euro. Haben uns nochmal hochfahren lassen. Und ja, wir checken jetzt mal hier die Trails aus. Ich bin echt gespannt. Der erste hat ja schon mega Spaß gemacht. Das war übrigens der Rollercoaster. Und ich zeige euch jetzt gleich draußen noch die Aussicht. Und ja, jetzt schaut mal, dass ich hier wieder raus kann. Und dann geht's weiter auf dem Trail. Yo Leute, also ich laufe jetzt hier gerade mal vor. An die Kante ist der alte Stacheldrahtzaun hier. Und ich muss aufpassen, dass ich hier nirgends reindrehe. Da sind fette Windräder hier. Es windet auch mega. Schaut's euch an. Da hinten sieht man die weißen Schneeberge. Alles voll mit weißen Bergen. Übel geil. Hinter uns ist das Meer. Da wo gerade die fette Wolke ist. Das sieht man aber leider nicht, weil da eben diese Wolke davor ist. Und vielleicht kommen wir die Tage hier bestimmt noch mal hier hoch. Und dann hat man da wahrscheinlich einen Blick. Dann zeige ich euch das auf jeden Fall. Aber schaut's euch an, was für ein geiler Spot das hier ist. Ich feier's mega. Und jetzt geht's aber wirklich für euch auf dem Trail. Viel Spaß. Oh nein, warte, warte, warte. Nein, nein, nein. Platt. Wasch platt? Reifen. Vorne? Hinten. Scheiße. So, zweiter Versuch. Jetzt wird er mit Luft im Reifen. Zwiefeuer. Gut. Der Manu steht da unten. Der filmt. Oh, da ist steil. Oh, das ist creepy, wenn man den falschen Fuß vorne hat. Oh, was will das? Ah! Verdammte Scheiße, ey. Verdammte Scheiße, ey. Okay. Ok, da machen wir die Rantiers, ah ja, ok, hier war es zwar ein bisschen schief. Ok, das ist sauber ausgewaschen hier. Ah, weiß nicht. Ok. Ah, da ist es ganz gut. Oh, fast komplett gestorben. Mal oben rumfahren. Oh, weiter. Oh, stop, hop. Oh, ist alles besser. Oh, ist das anders, ich habe immer gut. Oh, ist alles besser. Oh, ist das ja. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020